Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow. Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow. Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow. Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow. Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow. Die letzte Starterin in dieser Einlaufgrunde mit der Startnummer 13 aus Mannheim, Michelle Kunow, Michelle Kunow. HHHHHHHHHHHHH Dann darf ich die nächste Einlaufgruppe auf das Eis bitten. Mit den Startnummern 14 bis 20 Carina Maslach, Daria Beatrice Kim, Aletra Luisa Wolf, Josefine Dossius, Cécile Pauline Fister, Hanna Kartenroth und Anna Maria Kistner.